Nachdem ich Peter nass gespritzt habe, haben einige kommentiert, dass ich eine Ohrenentzündung will, weil meine Ohren nicht geschützt sind. Wer genau hinsieht, sieht, dass ich tatsächlich meine Ohren hier nicht geschützt habe. Und einige meinten auch, dass es viel zu laut dort drin ist für die Ohren. Deswegen zeige ich euch mal, wie sich das anhört. Und trotzdem habe ich mir später dann tatsächlich Ohrenstöpsel reingetan, weil mir es auf Dauer tatsächlich ein bisschen zu viel war.